Es ist Sommer und es kommt das Wochenende. Was kann es Schöneres geben, als das Ganze begleitet mit steigenden Kursen? Zumindest mal, wenn man im großen Blick guckt, dann sieht man, dass der Dow Jones sich von dem möglichen Umkehrpunkt, den wir da oben hatten, da es eine gewisse Clustermarke sich nicht überzeugen hat lassen und dementsprechend wird das Bild hier nach unten deutlich weniger relevant. Also sprich, die Abwärtsseite weniger ausgeprägt, wird es dann doch jetzt der Bullenmarkt, der hier kommt. Tatsächlich sieht es beim Dow Jones so aus, der hatte sich ja mit am stärksten präsentiert, zumindest mal von den US-amerikanischen Indizes. Und da gibt es jetzt eigentlich auch nichts gegen zu maulen. Ja gut, jetzt erwähne ich das Positive und wenn wir jetzt im 5-Minuten-Chart gucken, ja das erhöht natürlich wieder das Glücksgefühl für all diejenigen, die nach Shorts auch mal suchen zwischendurch. Denn die letzte Bewegung war sehr stark abwärts, wir haben jetzt sehr schwach nach oben. Also das gibt eine Chance, zumindest mal hier für die kürzerfristigen mal einen Zwischenshot noch mal mit reinzulegen. Also die Überlegung, das ist die starke Seite, jetzt hier die wackelige Aufwärtsseite, wenn die dann entsprechend getriggert wird, dass sich das noch mal hier ein wenig fortsetzt nach unten. Das ist allerdings jetzt kein Versprechen, dass es maßgeblich und tief nach unten gehen muss. Auf der anderen Seite, wir sind auch ein gutes Stück schon gelaufen. Also da darf man auch nicht böse sein, wenn die nächste etwas größere Korrektur kommt. Aber die muss jetzt nicht wirklich groß sein. Ihr seht ja schon, also die 1 zu 1 Projektion beispielsweise, die ist ja noch relativ übersichtlich, je nachdem wo das Hoch hier ist. Naja gut, meine Güte, dann gehen wir da halt mal 100 Punkte tiefer. Das kann ja jetzt nicht das ganze Wochenende verderben. Im Gegenteil, da haben wir doch eigentlich eine ganz gute Basis. Wenn wir schon über den Blue Chip Index aus Amerika sprechen, dann gucken wir kurz auf den DAX. Denn der hat sich ebenfalls recht gut und positiv ins Wochenende verabschiedet. Hier haben wir eine sehr starke Schlussbewegung eigentlich gesehen. Heute jetzt nicht mehr ganz so deutlich. Aber immerhin, wenn man sich das mal so anguckt, darf man oder durfte man nicht maulig sein. Noch sind wir allerdings in der Zone, wenn auch schon so ein bisschen am oberen Rand. Also die Hoffnung steigt, dass wir immer noch dieses Szenario nicht völlig von der Hand weisen können. Das ist letztlich noch möglich. Aber was soll es? Solange der Markt so schön steigt, sollte man doch nicht zu viel Sorgen haben. Oder etwa, tatsächlich wäre die Marke, die dieses Bild hier unten dann wirklich wieder aufleben lässt, hier dieses Zwischenhoch, was wir hier haben, das ist quasi diese Marke in etwa. Dann liegen wir schon wieder unter 15.700. Wenn er das jetzt nochmal nach unten durchstößt, das würde ich nicht so gerne sehen wollen. Solange er oberhalb bleibt, oberhalb dieser Marke, ist dieses Szenario sowieso erstmal kein Thema mehr, sondern bleibt es wohl offensichtlich erstmal bei der bullischen Seite und man kann da ganz glücklich mit sein. Ich denke mal, wir hätten zwar eine Chance für so einen Rücksetzer, das fände ich eigentlich ganz passend, ganz angenehm, nachdem er da jetzt hier so weiter gestiegen ist. Aber ihr seht schon, das wirkt überhaupt gar keine Gefahr, hier in dieses alte Zonengebiet hier reinzugreifen. Nein, im Gegenteil, das würde das bullische Bild weiter aufrechterhalten. Gucken wir mal auf den S&P 500. Der macht ebenfalls eine ganz gute Figur. Also alles in Anzeichen, dass dieses Szenario nicht mehr kommt. Es gab keine dramatischen Anzeichen dafür, also keine echten Hinweise, dass er da reinfällt, sondern das ist nur dieses recht typische Verlaufsmuster nach so einer Kiste, wenn das Korrekturmuster so niedrig ist. Das gibt es allerdings durchaus, also insofern war das durchaus nachvollziehbar. Aber je weiter wir hier nach oben wegkommen, desto weniger relevant wird das zumindest mal als eine Zwischenkorrektur. Und im Moment, wie gesagt, da gibt es gar kein negatives Bild zu berichten. Der Nasdaq ist da so ein bisschen eigenartig. Der ist im Kurzzeitigen, wir sehen es hier im 5-Minuten-Chart oder auch im Stunden-Chart. Da gibt es jetzt nicht, also wenn wir dieses hintere Ende angucken, nichts, was irgendwie Druck nach unten mit sich bringt. Im Gegenteil, allerdings darf man nicht vergessen, noch sind wir so halbwegs in dieser Trendbewegung. Da hängt es jetzt so ein bisschen davon ab, wo und wie man das anzeichnet. Aber schon so leicht oben drüber geguckt und das macht wenigstens ein bisschen Mut. Nach wie vor gilt aber für mich, dass die Aufwärtsseite auch noch nicht so richtig der Burner ist. Wir haben uns jetzt positiv wieder ins Wochenende gerettet. Das sieht ja bisher ganz gut aus. Wenn es dabei bliebe, wäre es ja erstmal in Ordnung. Aber der macht mir mit Abstand eigentlich das schwächste Bild aktuell. Also den wenigst stärksten Eindruck mit Willen nach oben. Ganz anders sieht es bei Crude Oil aus. Das sollten wir uns auch auf jeden Fall nochmal angucken. Denn Crude Oil hat eigentlich sehr gute Chancen, zumindest nochmal diese Zone zu sehen. Da wird wieder neu entschieden, wer es nicht sehen kann. 70,25 in etwa. Das ist eine Ecke, wo ich die nächste Entscheidung sehe. Warum jetzt ausgerechnet da? Das können wir uns mal angucken. Denn wir hatten hier eigentlich ein Szenario bisher, das einen ganz guten Schub nach oben gebracht hat. Wenn sich das nochmal fortsetzt, würden wir ungefähr da landen. Wir hatten da auch ein Zwischenhoch beispielsweise. Und so mehrere Marken, die hier so ein bisschen dafür locken, dass da ein Widerstand ist. Jetzt sind wir allerdings ein bisschen tiefer hier noch runtergelaufen. Also insofern das Ganze noch ein bisschen mehr in der Korrekturzone. Auch da kann man das Ganze natürlich nochmal auffassen als eine Extension oder mit einer Extension, was uns letztlich diese Grobzone hier weiterhin bestätigt. Aus meiner Sicht ist das eigentlich das Gebiet, wo ich Ihnen als nächstes vermute den Kurs. Und hier wird dann entschieden, ob der Kurs durchgeht oder nicht. Wir haben gestern im Bond4TradingLive beispielsweise darüber gesprochen, kann man an solchen Marken nicht dann einfach in Short reingehen. Denn häufig ist es doch so, dass der Markt an ehemaligen Unterstützungen oder Widerständen abprallt, die Richtung wechselt. Wäre das hier möglich? Naja, möglich ist es natürlich, dass es der Fall ist. Wie tradet man das? Naja, sehr simpel kann man dann sagen, okay, im direkten Umfeld immer noch. An diese Idee lasse ich dann einfach meinen initialen Stop sozusagen, wenn der Kurs also hier rankommt und ich der Meinung bin, ein Abpraller ist sehr realistisch, dann mit einem sehr engen Stop operieren. Beispielsweise so diese Marke, das ist jetzt keine zwingende Marke, dass es genau hier liegt, aber ein bisschen oberhalb dieser Zone, ja, aber immer noch in der Nähe. Ein großes Überschießen wäre nicht das, was wir uns eigentlich dann vorstellen. Also 70, 80 in etwa, 70, 80 in etwa, um dann die Abwärtsseite dann nochmal zu spielen, wäre eine Idee. Das ist nicht mein präferiertes Bild, um in den Markt zu kommen, aber für all diejenigen, die sagen, ich brauche immer nochmal ein bisschen eine andere Möglichkeit, hier was zu erreichen, was zu tun, wäre das, glaube ich, nicht so schlecht, für diese Art und Weise mal einen Einstieg zu wagen. Gegebenenfalls mit einer kleinen Portion oder Position. Warum? Weil wenn der Kurs dann wirklich weit läuft, ist ja auch das Chance-Risiko-Verhältnis beispielsweise gut und positiv. Also das nimmt da eine Menge Druck sozusagen von diesem Trade. So, am Wochenende gibt es wieder Gold und Silber im großen Bild. Also insofern freut euch da im großen Bild am Wochenende drauf. Da gehe ich dann nochmal drauf ein, wer es sich angucken will. Schaut aber ruhig im kleinen Bild, wir hatten es bei Gold besprochen. Silber steht das möglicherweise noch bevor. Also das ist etwas, was ich euch empfehlen kann, mal einen Blick drauf zu werfen. Wir werden das jetzt hier gleich live am Chart natürlich weiter beobachten. Ihr gerne auch. Also wenn ihr Lust dazu habt, dann macht das gerne. Wer es nicht schon sowieso ist, Born for Trading, werden wir ein Kurzvideo auch nochmal dazu gleich positionieren. Also probiert das ruhig mal aus. Schaut es euch an, dann kriegt ihr die Sachen über Telegram zugeschickt. In diesem Sinn euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und für all diejenigen, die ich jetzt vorher nicht mehr höre oder im Markt sehe, ein wunderschönes Wochenende für alle anderen. Bis zum nächsten Beitrag.